Ja, es ist ein schwerer Entschluss gewesen, dieses Video hier zu drehen. Und zwar, ich möchte hier mit diesem Video offiziell meine 3-mortige Pause bekannt geben. Das heißt, ich werde in der Pause keine Kommentare beantworten, es werden keine Videos kommen, es wird nichts auf den Webseiten passieren, es wird nichts mit dem Minecraft-Server passieren, geschweige denn auf Discord. Ich selber werde nichts mehr machen in den 3 Monaten, das heißt, wenn der Minecraft-Server down ist, ist er down. Ja, Webseiten werden so bleiben, wie sie sind. Ich werde einfach 3 Monate auch das Kamera-Equipment jetzt nachher wegräumen, das heißt, wird es nichts mehr geben, das heißt, für euch, schaltet am besten in 3 Monaten wieder ein oder lasst ein Abo da und eine Glocke, dann wisst ihr zumindest, wann nach den 3 Monaten, wenn irgendwann ein Video kommt, kriegt ihr wenigstens eine Benachrichtigung. Ja, warum der Entschluss, noch ganz kurz gesagt. Ich hatte nach der OP, beziehungsweise, ja, mir geht es seit der OP ziemlich scheiße psychisch und ich einfach die Kraft nicht aufbringe, für euch vernünftige Videos zu produzieren und deswegen brauche ich jetzt einfach eine Pause, bis es mir psychisch wieder besser geht und vor allem körperlich, aber wie gesagt, das ist ein ganz, ganz langes Thema, vielleicht werde ich nach der Pause drüber reden und wenn nicht, dann rede ich halt nicht drüber. Mehr kann ich auch nicht sagen, Leute, außer haut rein, ciao, bis die Monate rum sind, ne. Sehen werden wir uns circa wieder am 15.16.9. Ciao, bis dahin. coőtt